... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Das war jahrelang, dass das Militär mal der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur festgelegt... Widerstand! Ich hab's weggelegt! Ich hab's gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch hab ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch!